Ich habe festgestellt, ich spiele jetzt schon über 35 Jahre Gitarre. Krass, ne? Da müsste ich eigentlich deutlich besser sein, als ich es bin. Mein Name ist Chris Weger. Ich bin Gitarrist, Sänger, Songwriter und Produzent aus Frechen in der Nähe von Köln. Den meisten sollte ich bekannt sein durch meine Arbeit mit Poptitan Sascha, wo ich als Gitarrist und Musical Director fungiere. Ich stand aber auch schon mit allen möglichen anderen Leuten auf der Bühne, von Sarah Connor über Ray Garvey, Gloria Gaynor, Thomas Anders oder Heino. Das sind also kein unbeschriebenes Blatt. Und ich gebe hin und wieder mal Online-Gitarren-Masterclasses. Sie nennen sich Licks and Tricks mit Chris Weger. Und die nächste findet statt am 9.06.2024 um 18 Uhr. Was bedeutet das? Licks and Tricks? Wie der Name schon sagt, zeige ich euch ein paar coole Licks und Tricks. Ich könnte auch die Gitarre leiser machen, aber das machen Gitarristen nicht. Die machen den Klick lauter. So, drei, vier. In meinem Arsenal. Und wir reden viel, vor allen Dingen über Sounds und Improvisation. Wie improvisiere ich beim Solieren? Wie komponiere ich ein Solo? Wie komponiere ich im Allgemeinen auch Songs? Wie finde ich die richtigen Sounds dafür? Für das, was gefragt ist, welche Gitarre benutze ich? Welchen Amp oder welchen Modeler? Da reden wir auch viel drüber. Das Ganze beinhaltet 60 Minuten Vortrag von mir. Immer mit der Möglichkeit, mit mir zu reden. Und im Anschluss gibt es 30 Minuten lockeren Talk. Das kann auch gerne mal ein bisschen länger dauern. Je nachdem, wie viel Bock ihr darauf habt und wie ihr mitmacht. Und da reden wir über all eure Fragen, die ihr euch vorher ausdecken könnt. Auch über das Business. Über Musik natürlich. Über Gitarren, Nerd-Kram, Pedale, whatever, worauf ihr Bock habt. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist, mir eine Nachricht zu schreiben. Eine E-Mail an info.chrisweger.de und dann erfahrt ihr alles weiter. Was kostet ihr Spaß? Das ist gar nicht so teuer. Das kostet ganze 50 Euro plus Steuer. Ich schreibe euch danach eine Rechnung. Und es gibt Backing-Tracks, auf denen ihr selber spielen könnt, über die wir im Anschluss an die Masterclass noch sprechen könnt. Ihr habt die Möglichkeit, das für euch selber aufzunehmen, mir nochmal zu schicken. Und wir reden da ganz individuell alleine drüber, wenn es euch passt. Und ich gebe vielleicht noch ein paar Tipps oder Hinweise, wenn ihr das denn braucht. Wenn nicht, dann natürlich nicht. Und das Material bekommt ihr. Und die komplette Masterclass wird als Video aufgezeichnet und euch als individuellen YouTube-Link zur Verfügung gestellt. Das heißt, ihr könnt immer wieder darauf zurückgreifen, euch das immer wieder anschauen, worüber wir da gesprochen haben. So könnt ihr das alles nachvollziehen, worum das sich genau gedreht hat. Wann? Jetzt am Sonntag, den 9.06.2024 um 18 Uhr. Schreibt mir eine Mail, wie gesagt, an info.chrisweger.de. Und dann schicke ich euch alle Zugangsdaten und alles Weitere, alle Teilnahmebedingungen. Würde mich sehr freuen. Bis dann.